Tja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crysis 2. So, jetzt wollen wir mal schauen, dass wir uns hier mal wieder tarnen. Und uns umsehen, was sich hier alles noch so rumtummelt. Wir haben ja schon einiges ausgeschaltet hier. Und? Okay, einer weniger. Ja, allzu viele dürften es eigentlich ja nicht mehr sein. Den sprengen wir doch gerne in die Luft. So. So viel Munition haben wir für die Sniper auch nicht. Ich kann hier aber auch im Moment nicht wirklich. Doch, da kommt schon wieder einer. Okay. Den haben wir auch. Ich denke mal, wir stellen mal wieder um. Und dann müssen wir uns dann mal runter in die Höhle des Löwenwagen. Gehen wir hier einfach mal runter. Zu sehen ist keiner. Hier haben wir Munition. Das ist wichtig. Energiesparen. Ein paar Granaten aufnehmen. Wir haben ja auch welche geworfen. So. Jetzt schauen wir erstmal hier oben nach. Weil hier war ja offensichtlich irgendwie vorhin auch noch was. Oh, Moment. Das sehe ich hier keinen. Könne ich nochmal eins ausprobieren. Können wir die Waffe hier wegnehmen? Nein, das können wir leider nicht. So. Hier oben sehe ich jetzt erstmal so weit keinen mehr. Hier auch nicht. Und auch nicht drüben beim Aufgang. Mal kurz verweilen und aufladen. Ich spiele das Ganze hier lieber ein bisschen auf Nummer sicher. Falls ihr euch fragt, warum ich hier immer vorsichtig vorgehe. Ich möchte natürlich auch vermeiden, dass ich zu oft sterbe. Was natürlich auch in eurem Interesse ist. Hier habe ich mich auch noch nicht umgeschaut. Aber hier ist es relativ sicher zum Aufladen. Ja, durch das Bewegen geht natürlich auch die Energie des Tarnfels relativ schnell nach unten. Also werde ich hier nochmal ganz kurz verharren. Und offensichtlich werde ich auch von keinem Gegner hier gesehen. Also. Gehen wir mal hier den Steg hinunter. Und wieder in Deckung. Die müssen mich ja nicht unbedingt gleich entdecken, ja. Aha. Okay. Mein Blick hier reinwerfen. Hier ist nichts zu sehen. Okay. Kurz enttarnen. Und dann einmal nach oben. Ob wir hier vielleicht noch irgendwas finden. Die nehmen wir doch mit. Mal schauen, wozu die noch gut ist. Nochmal kurz enttarnen. Energie aufladen. Dann geht es weiter. Das ist ein bisschen mühselig, aber... Ich hoffe, die Mühe lohnt sich. Da oben sehe ich doch schon wieder jemanden laufen. Wir haben mal hier schnell in den Container. Also, wenn nur der Mann ist, haben wir hier auch noch Munition. Nochmal kurz enttarnen. Nochmal noch mal ein Container. Auch noch mal Munition. Also werden wir ja auch noch mal ganz kurz verweilen. voll aufladen. Und dann mal hier die Treppe hoch. Weil ich habe ja schon eben welche rumschleichen sehen. Im Hintergrund. Und ich vermute mal, dass wo einer ist, auch mehr sind. Nochmal kurz wieder... Aufladen. Okay. Da hinten sehe ich zum Beispiel schon mal einen laufen. Ja, und jetzt machen wir mal richtig... Richtig Schub hier. Okay. Die konnten wir jetzt also relativ problemlos hier beseitigen. Ich sehe auch keinen weiteren hier. Okay. Ganz kurz hier in Deckung gehen. Neu aufladen. Und dann schleichen wir uns da mal rein. Kommt dann. Boah, ich glaube, jetzt fahre ich hier mit der Panzerung doch besser. Hier rüber! Noch unterstützen! Kata! Ah! Ja. Das wird dir nicht viel helfen. Hier irgendwer zu sehen. Ne. Hier ist keiner mehr. Alle Gegner erledigt. Kann ich ja fast nicht glauben. Ganz in der Ferne scheinen noch irgendwas zu sein, also. Hier ist auch keiner mehr. Okay. Dann haben wir es hier also tatsächlich mal leergeräumt. Dann nehmen wir mal den Fachschul. Da oben geht es hin, wo es hell ist, denke ich mal. Okay, ich habe sie auf der Überwachungskamera. Da oben sind, äh, drei Mann. Erledigen Sie sie, bevor Sie was finden. Tja. Er hat es anscheinend eilig. Ich glaube, das ist ein Koffer. Das ist ein Koffer von allem Koffer. Drei Mann. Einen sehe ich ja. Mann. Sieh dir das vor. Ah! Ich bin der Koffer. Scheiße, Mann. Oh! Scheiße, wer ist hier? Ich bin der Koffer. 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 Da sind wir richtig. Ja. Okay, und jetzt? Ich habe hier keine Zielanzeige mehr. Jede Menge Munition. Und ich höre einen Hubschrauber. Okay, Neutarn. Ich habe hier einen Hubschrauber. Ich habe hier einen Hubschrauber. Ich bin der Koffer. Na, komm her, du Feigling. Wo bist du hin? Junge, das wird auch nichts. Wo hängen die? Ich sehe keinen hier. Ich sehe nicht einen einzigen hier. Bewegung, los! Hm. Hm. So. Wir haben aber hier keine, keine Panzer brechende Waffe oder ähnliches. Ich habe hier doch irgendwen oder irgendwas gehört. Kommt da noch was? Da kommt kein AQ. Ja. Gehen habe ich. Alles klar, das ist ja schon mal positiv. Okay, ich sollte Energie sparen. Ah, schleichen wir doch wieder rum. Da. Der ist immer noch im Leben. Das kann doch nicht sein. Wo bist du? Weg! Nachlagen Ja, ja Okay, kurz aufladen Hier Granate Also Ja, ich kann jetzt nicht auf taktische Optionen Achten Da wirst du doch noch einer Da oben ist auch noch einer Hi Leute Und die Zeit wird schon wieder so eng Es wird schon wieder so eng Ich weiß Ja Da gehen wir noch in Deckung Leute, Leute Ich muss hier jetzt leider wieder aufhören Weil sonst rennen wir die Zeit davon Wir werden uns diesen Diesen Hubschrauber dann wahrscheinlich später widmen können Oder müssen Ich habe ihn erwischt Ich habe ihn doch noch erwischt Freunde Ich habe den Burschen erwischt Also Bis zur nächsten Folge Euer Dirty Harry Ciao Boer 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 ge